Für einen Großteil der Künstler, Freiberufler, Soloselbstständigen und Unternehmer in der Kultur-, Kreativ- und Unterhaltungsbranche in ganz Deutschland ergibt sich durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine immer dramatischere und mehr existenzbedrohende Situation. Viele stehen unverschuldet vor einem wirtschaftlichen Abgrund. Nur umgehende Änderungen bzw. Ergänzungen an den bisherigen Hilfsprogrammen könnten dem entgegenwirken. Mit der Untersagung von Veranstaltungen bis voraussichtlich 31. August drohe ein unmittelbarer, bisher einmaliger sozialer Abstieg eines ganzen Berufszweiges. Nach Schätzungen der Initiative Kulturschaffender in Deutschland werden etwa drei Viertel der Freischaffenden und Selbstständigen eine solch lange Zeit ohne Aufträge und Einnahmen wirtschaftlich nicht überstehen können. Die Initiative Kulturschaffender in Deutschland ist ein ehrenamtlich arbeitendes, offenes Bündnis von freischaffenden Künstlern sowie selbstständigen Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft. Dieser Tage legt es einen offenen Brief mit mehr als 5.250 Unterschriften vor. Dieser fordere dringende Verbesserungen an den aktuellen Hilfsprogrammen, klare Rechtsverbindlichkeiten und die Forderung nach einem bundeseinheitlichen Vorgehen der Politik. Größter Kritikpunkt ist die Tatsache, dass Solo-Selbstständige und freie Kulturschaffende ihren Geschäftsführerlohn bisher nicht als Betriebsausgabe über Soforthilfeprogramme finanzieren können. Die Initiative fordert ein durch Landes- und Bundesmittel abgedecktes bundeseinheitliches Soforthilfeprogramm, in welches ein monatlicher Bedarf zur Lebenshaltung in Höhe von 1180 Euro integrierbar ist.